Ramen Nudeln kochen, Gewürz, vermischen, über den Stab und frizieren, was? Geil, das probieren wir unbedingt aus, ich liebe Ramen Nudeln. So, hier haben wir die Ramen Nudeln. Aber war jetzt wohl erstmal nicht so. Ein Ei. Er kann das jetzt aber richtig gut aufmachen mittlerweile. Ja, ich hab gelernt. Musst mir kurz was einfallen lassen, damit es auch hebt. Das hebt ja gar nicht. Deswegen bist du Jule Tainment und nicht Jule Koch. Ihr seht jetzt. Ich glaub, die können so leicht freundlich werden, ne? Ja. Und? Ey, schmeck's voll gut. Ja? Wirklich, ja? Weil ich versuch mal so reinzubeißen, weil jetzt kann man eigentlich so reinbeißen. Mmh. Mhm. Ist geil. Mhm. Ey, der Hammer. Jetzt noch ne gute Soße dazu, Ketchup, Hautsoße. Ja. Ey, Hammer. Geil. Ja.